Wir freuen uns sehr, heute die Möglichkeit zu haben, unsere neue Husky Evo Serie vorstellen zu können. Herzlich willkommen zur heutigen Partner-Session mit Miles & Systems. Mein Name ist Erik Mosler, Community Manager für unsere Appliance & System Builder Partner. Ich bin der heutige Moderator und begleite Sie. Husky Evo ist ein Synonym für optimale Leistung und Zuverlässigkeit, denn die neue Husky Evo Serie ist das Ergebnis einer weiteren großartigen Zusammenarbeit mit einigen der wichtigsten Miles & Technologie Partnern. Es zeigt unter anderem den Value der Miles & Community und wie wir gemeinsam die besten Lösungen auf den Markt bringen können. Was können Sie also in den nächsten 20 Minuten von mir erwarten? Grund, erstens, warum Husky Evo? Vier essentielle Gründe, wie Sie und Ihre Kunden davon profitieren. Zweitens, wir sprechen über das Sortiment und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Drittens, wenn Leistung und Support zusammenkommen. Abschließend werde ich natürlich kurz zusammenfassen. Sollten Sie aber noch Fragen haben, kann ich diese im Anschluss während der Q&A beantworten. Bevor wir starten, schauen wir uns kurz das Teaser-Video zu Husky Evo an. Power. Es ist nicht etwas, was Sie bekommen. Es ist etwas, was Sie wählen. Also wählen die Macht, die zu performen. Entschuldigung, die neue Milestone Husky Serie. Sie geben Ihnen die Macht, die zu erreichen, die zu erreichen, die zu schaffen, die Zeit, die zu entwickeln, und um Frieden zu haben. Die neue Milestone Husky Serie. Unleash your power to perform. Wow. Was kann ich nur sagen? Sind wir nicht schon ganz aufgeregt? Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 15 Minuten gemeinsam mit Ihnen. Nun, Next Level Scalability and Flexibility. Das sind nur eines der Stichwörter, die Sie jetzt von mir in Kürze hören werden und ich auch mehr darauf eingehen werden. Denn es gibt einen Husky für Ihre X-Protect-Installation heute und für morgen. Denn die neue Milestone Husky Serie bietet eine Reihe von Produkten, die fast alle Lösungsanforderungen abdeckt. Egal, ob es sich um eine einfache Installation, die maximale Betriebszeit oder eine kritische Datenspeicherung handelt. Es gibt einen Husky für Sie. Dieses neue skalierbare Portfolio ist für zahlreiche X-Protect-Anwendungsfälle ausgelegt, damit Sie einfach das Beste aus Ihrer Installation herausholen können. Vom kleinen Laden an der Ecke bis hin zu riesigen Fußballstadien arbeitet das Husky-Sortiment nahtlos mit X-Protect zusammen und bietet die Leistung und die Zuverlässigkeit, die Sie fordern und benötigen. Einfach um das Beste aus Ihrer videobasierten Lösung herauszuholen. Nun, warum Husky Ivo? Lassen Sie mich Ihnen vier Gründe geben, wie Sie und Ihre Kunden davon profitieren können. Power to save time. Denn die neue Milestone Husky Serie kommt vorinstalliert mit unseren offenen Videomanagement-Plattform X-Protect. Das spart Ihnen Zeit bei der Ersteinrichtung, Installation und der Konfiguration. Was heißt es aber nun im Detail? Schalten Sie ihn einfach ein, fügen Sie Ihr X-Protect-Lizenzcode hinzu, welches Sie über die autorisierte Distribution bzw. Ihren autorisierten Händler erworben haben und schon ist er einsatzbereit. Er ist einfach zu installieren, zu verwalten und zu warten. Das erspart Ihnen nämlich jeglichen Ärger und die Installation und schenkt Ihnen wertvolle Zeit, damit Sie sich auf das Wichtige und die essentiellen Dinge Ihres Projektes konzentrieren können. Power of Peace of Mind. Bei der Leistung geht es nicht nur um die einzelnen Produkte, der Support und das Team, das hinter Husky Ivo steckt. Denn die Zuverlässigkeit und die Husky der neuen Husky Ivo Serie ist nur ein Teil. Das Ganze wird aber unterstützt und supportet durch ein globales Team von Support-Mitarbeitern sowie der Möglichkeit für Sie bei Bedarf auf ein Vor-Ort-Support zurückgreifen zu können. Denn alle neuen Malston Husky Appliances werden mit einer fünfjährigen Garantie und einem nahtlosen Support-Setup geliefert. Somit sollten Sie sich gar keine Sorgen mehr machen müssen. Power to achieve more. Wir wollen mehr erreichen. Ihre Videolösung ist so gut wie das von Ihnen verwendete Videomanagement-System, auch kurz VMS genannt und die dahinterstehende Hardware, auf der es natürlich läuft. Die neue Husky Serie hat viele kleinere Optimierungen, die aber besonders wichtig und essentiell sind. Das sind nämlich die Details, damit Sie das Beste aus Ihrer Malston X-Protect-Installation herausholen können. Sei es der Optimierungs-Wizard, das iDRAC-Plug-In oder der Remote Support. Insgesamt aber ist er die zuverlässige Wahl für Ihre optimale Leistung. Power to evolve. Heutzutage steht die Skalierbarkeit ganz weit oben auf der Tagesordnung. Dabei ist dies ein Synonym für die neue Husky Ivo Serie. Es wächst mit den Anforderungen Ihrer Kunden und die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Verwenden Sie die Husky Ivo mit Ihrer X-Protect Produktlizenz, der Business Ready und der Advanced Ready Linie. Dabei lassen sich mehr als 10.000 unterstützte Geräte von Drittanbietern integrieren und Sie haben die Möglichkeit eines Mix & Matches unabhängig der Geräte. Verbinden Sie oder nutzen Sie die Vorteile des gesamten Portfolios. Das, um die heutigen Anforderungen gerecht zu werden, aber auch die zukünftigen, haben wir die Möglichkeit, alle Systeme ausbaubar und ausbaufähig zu gestalten. Nun, werfen wir einen Blick in das Portfolio der neuen Husky Ivo Serie. Es ist ein Portfolio für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle, die aber auch für die unterschiedlichsten Anforderungen konzipiert worden ist. Wenn wir uns jetzt mal unser Portfolio genauer angucken, sehen wir hier, dass wir fünf Basisgeräte haben. Konzentrieren wir uns aber erst einmal auf die ersten drei oben, dem Husky Ivo 150D, 350 und 700. Diese Produkte sind optimiert für die Anwendung und in der Kombination mit den Business-Ready-Produkten. Der Husky Ivo 150D, was sich schon mal aus den Namen herausleiten lässt, ist der Data-Throughput, sprich der Datendurchsatz, den Sie mit dem Husky Ivo 150 durchführen können. 150 entspricht nämlich 150 MBit Data-Throughput, üblicherweise für eine Anwendung für Installationen mit bis zu 20 Geräten oder 20 Devices. Denn das Desktop-Modell der Husky Ivo 150 ist für kleinere Standorte mit wenigen Kameras und geringen Bedarf an einer Darstellung von Echtzeitaufnahmen über den Smart-Client konzipiert. Die Daten werden nämlich unter anderem lokal oder an einem zentralen Datenspeicher gesendet, sei dieser, dass Ihr Speicher dann an einer Cloud liegt oder Ähnliches, um natürlich eine kontinuierliche Aufzeichnung zu gewährleisten. Grundsätzlich haben alle unsere Komponenten zertifizierte Intel-CPUs, die auf Herz und Nieren durch uns geprüft worden sind. Der Husky 150D ist natürlich ideal für Installationen an mehreren Standorten, für Einzelhandelsgeschäften, an Tankstellen oder auch ETMs, Geldautomaten und bietet Ihnen eine einfache, kostengünstige Einrichtung, die nahtlos mit Ihrem Ex-Project Video-Management-System kollaboriert. Schauen wir uns das nächste Gerät aus der Familie. Unser Husky Evo 350T und 350R. Beide unterscheiden sich in dem Fall nur in ihrem Formfaktor bzw. in ihrer Bauform. Einmal im Tower und einmal im Rack. Haben aber die gleichen Leistungsmerkmale, wie wir aber auch schon aus dem vorherigen Produkt sehen konnten, verfügt dieses Gerät in dem Fall über einen Data-Throughput von 350 Mbit. Was Ihnen ermöglicht, in dieser Kombination bis zu 50 Kameras bzw. 50 Geräte mit dem Husky Evo 350T und R zu verbinden. Denn der neue Husky 350 Tower und das Rack sind Husky-Produkte für alle, die sozusagen klein anfangen möchten und flexibel zu wachsen. Beispiele für die Anwendungsfälle sind sehr gut im Einzelhandel, der Logistik, der Lagerhaltung, für die Kennzeichenerkennungsmöglichkeiten an Parkhäusern oder Ähnliches. Insgesamt aber bieten diese vielseitigen Geräte eine hohe Zuverlässigkeit und sind konzipiert für eine kontinuierliche Bediefszeit. Besonders geeignet ist der 350T und R für X-Protect Express und Professional. Den letzten hier in der Familie der Advanced Ready Produkte ist unser Husky 700R. Auch dort, wenn wir uns das hier genauer angucken, verfügt dieses Gerät in dieser Ausführung bereits über einen Data Throughput von bis zu 720 Mbit, was natürlich schon sehr phänomenal ist. Hat natürlich den Vorteil für Sie, dass Sie an einem solch Gerät bis zu 100 Geräte miteinander verbinden können. Dies ist auch das erste aus dieser Serie, indem wir unseren Intel Xeon Silver 4210R CPU anwenden. Ein auf Herz und Nieren geprüftes System und das erste, was mit einem Dual Hot Plug Power Supply auskommt. Sprich, Sie kriegen einen Peace of Mind, wenn es darum geht, dass Sie ein zuverlässiges System benötigen. Der Husky 700Rack ist für mittlere bis mittelgroße Installationen gedacht, die eine zuverlässige, sowohl aber auch kontinuierliche Datenaufzeichnung und Verwaltung benötigt. Was dies bedeutet, dass Sie mit einer vollen Hardware Resultanz und die Flexibilität der ausgewählten Hardware Komponenten zu integrieren und zu erweitern haben. Sprich, müssen Sie weitergehen als das, was das Basis System liefert, haben Sie die Möglichkeit, wie gesagt, die mit ausgewählten Komponenten Ihr System einfach zu erweitern. Der 700R ist einfach die optimale Lösung für kritische Umgebungen oder kritische Installationen innerhalb von Lösungszentren, kleineren Städten und Gemeinden, sowie auch in Schulen und Universitätsgeländen. Gepaart mit Exportet Professional Plus haben Sie eine sehr, sehr gute Lösung. Das nun aber auch zu den ersten drei Produkten. Jetzt geht es aber darum, dass wir ja gesagt haben, wir haben eine vielseitige Hardware Plattform, die wir hier Ihnen mitgeben möchten, von der Sie auch profitieren können. Und es gibt auch Anwendungsfälle, die deutlich darüber hinaus wachsen. Und auch da haben wir einen Fokus gelegt. Deshalb werfen wir jetzt nun einen Blick auf die zwei Flaggschiffe, die optimiert sind für die Extrotec Advanced Serie. Somit starten wir mit der Husky Evo 1000R. Wie auch hier sich schon in dem Namen herausleiten oder herauslesen lässt, ist der Husky 1000R mit 1080 MB Data Throughput ausgelegt. Er verfügt über den gleichen Prozessor mit einem Intel Silver 4210R. und erlaubt es Ihnen, bis zu 150 Geräte oder Devices darin anzuknüpfen. Wichtig ist hierbei, dass ab diesem System Sie schon über iDRAC verfügen, welches natürlich auch mitgeliefert wird. Und der Husky 1000R ist, wie man schon auch an dem Bild erkennen kann, ein Rackmount-Gerät, das einen höheren Datendurchsatz, sowohl aber auch eine größere Speicherkapazität bereitstellt und auch bietet. Mit ausgewählter Hardware, mit der Sie ganz einfach Analyseanwendungen verschiedenster Lösungsanbieter hinzufügen können, bringt das das gewisse Extra an Sicherheit und deckt Ihren Kundenwunsch ab. Diese Vorteile werden durch eine vollständige Hardware-Resundanz und minimale Ausfallzeiten ergänzt. Um natürlich auch eine ideale Lösung zu konzipieren, ist dieses System ausgelegt für mittlere bis große Installationen, sowie auch dort, wo es hier um einen kritischen Datenerhalt geht und auch die höchste Sicherheit, die auch unerlässlich ist. Redundanz bedeutet hier in dem Fall, dass wir hier über ein Dual-Power-Supply verfügen, auch die SSD-Platten, auf denen das Betriebssystem läuft und auch die wichtigen Elemente einer Milestone X-Protect, können Sie in einem SSD-Rate hiermit absichern. Gehen wir hier noch eins weiter. Und das ist unser Husky EVO 1800R. Der Husky EVO 1800R ist das Flaggschiff unter all unseren Systemen. Wie auch schon hier, aus sich dem Namen herauslesen lässt, verfügt dieses System über 1800 Mbit Data-Struput. Wie ist das natürlich möglich? Hier läuft das Ganze über eine 10-Gigabit-Interface beziehungsweise 10-Gigabit-Interface-Schnittstelle, was Ihnen sozusagen ermöglicht, bis zu 250 Geräte an diesem System zu verwalten und zu managen. Dieses High-End-Gerät ist natürlich für den hohen Datendurchsatz ausgelegt und hat eine umfangreiche Speichermöglichkeit der Daten und eine weitreichende Flexibilität. Das macht ihn natürlich ideal für Einrichtungen beziehungsweise für Endkunden, die die maximale Sicherheit benötigen, sei es hier in Flughäfen, Einkaufszentrum oder wichtige Verkehrsknotenpunkte von Städten. Wie aber auch schon erwähnt, ist der Service zum Support mitunter einer der wichtigen Faktoren, die wir mit unserer neuen Husky EVO-Serie mitbringen. Neben dem globalen Support, der Option für On-Site-Support, natürlich nach Verfügbarkeit nach Region, Sie auch dann hiermit auch einen Single Point of Contact, erhalten natürlich Partner und Kunden einen umfassenden Service und Support mit einem einzigen Ansprechpartner für egal ob Hard- oder Software und Sie haben die Möglichkeit über dieses globale Support-Netzwerk einen Vorortsupport von uns erhalten. On top of that haben alle unsere Geräte standardmäßig eine 5-Jahre-Garantie auf alle Appliances. All dies kombiniert ist natürlich eine sehr optimierte und eine sehr starke leistungsfähige Mylstone-Lösung, die wir Ihnen als Reseller, Integrator und Mylstone-Partner an die Hand geben können. Zusammengefasst haben wir die optimale Hardware-Plattform für videobasierte Anwendungen für Sie zusammengestellt. Sei das hier für eine kleine Single-Site-Installation, bei der Sie eine Husky 150D anwenden, bis hin zu großen, komplexen Installationen mit hohen kritischen Anforderungen des 1800R. Wie dem ich auch sagen kann, werden diese Fragen sehr oft an uns gestellt, ist, wie können wir die Performance, die wir hier angeben, mit 20 Devices, 50 Devices, 100, 150 und 250 sozusagen feststellen. Das ist natürlich das Ergebnis von weitreichenden Tests. Unter anderem, wie wir hier in diesem Szenario unten sehen können, ging es hier darum, dass wir mit Full HD, 30 Frames per Second, was natürlich ungefähr 5 Mbit pro Kanal sozusagen sich ergeben hat, gemeinsam hier mit HZO 64 und einer 100%igen Video Motion Detection sozusagen unsere Systembelastungstests durchgeführt haben. So können Sie natürlich auch darauf vertrauen, dass wir hier sozusagen Ihnen die Peace of Mind geben und Ihnen die Sicherheit, dass alle Systeme von Anfang an auf die verschiedensten Anforderungen ausgelegt sind. Wollen Sie natürlich mehr erfahren, so nutzen Sie bitte die Gelegenheit und stellen Ihre Fragen anschließend im Q&A. Ich lade Sie natürlich auch herzlich ein, unser Stand zu besuchen, sowohl aber auch die anderen Partnerfessens zu besuchen. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen.